Transformers Fans, es ist soweit. Heute wird das kleine Gewinnspiel aufgelöst. Ihr konntet den Sunstreaker Gewinn aus Hasbros Transformers Earthrise War for Cybertron Trilogy Figuren Reihe. Alles was ihr dazu machen müsstet ist unter das Video den Hashtag Sunstreaker zu schreiben und ein glücklicher Gewinner von euch wird den kleinen heute abstauben und wie das ganze funktioniert zeige ich euch jetzt. Denn wir gehen rüber an den PC da werde ich das ganze nämlich digital auslosen und der Gewinner möchte sich bitte am Ende dann unter darksnaggerreviews at yahoo.de bei mir melden damit ich ihnen den guten kleinen Sunstreaker hier zukommen lassen kann. Also rüber gehen wir und dann schauen wir mal wer hier gewonnen hat. So und jetzt sind wir hier auf dem YouTube Comment Picker. Das Tool habe ich auch schon mal bei meinem 4000er Abo Special benutzt als ich den großartigen Thanos verlost habe und das werde ich jetzt hier auch einfach ganz schnell für euch eben benutzen, weil es macht einfach Spaß und es sehr sehr genial gemacht. Ihr seht hier oben da ist die YouTube Video URL da werde ich jetzt von Sunstreaker, der ist hier, werde ich jetzt die URL mir schnappen und zwar hier auf Teilen gehen dann auf Kopieren und dann werde ich das ganze hier kurz einfügen. Wichtig ist natürlich noch ihr habt ihr alle unter dem Hashtag Sunstreaker das ganze eingegeben und das heißt hier unten geben wir jetzt auch noch den kleinen Hashtag ein. Wartet kurz, dann ist das nämlich auch alles am Start und alle diejenigen, die jetzt kommentiert haben und Sunstreaker in ihrem Kommentar mit reingepackt haben, wird jetzt der Comment Picker hier sich schnappen und da seht ihr schon es sind 14 Leute immerhin, die sich für den guten Sunstreaker hier interessiert haben. So, das haben wir jetzt soweit drin und jetzt gehen wir einfach hier unten links auf Start Raffle and Pick Random Winner. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf den Start Knopf drücke Leute, dann sucht er sich einen glücklichen Gewinner für Sunstreaker raus. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Also, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los, oder? Drei, zwei, eins, Start! Und er sucht sich einen raus und der Gewinner ist Wolfi Air! Wolfi Air hat den Transformers Sunstreaker gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Sehr, sehr, sehr nice, das freut mich. Wolfi, wie gesagt, melde dich bei darkschnaggereviewsatyahoo.de oder schreib mich auf Facebook an. Na, da kann ich dir dann den guten Sunstreaker zukommen lassen, wenn du mir deine Adresse zuschickst. Und ja, Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Danke, danke, dass ihr alle mitgemacht habt und vielleicht machen wir in Zukunft noch mal wieder so eine kleine, schöne Hasbro, ja, kleines Gewinnspiel. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie gesagt, danke schön, Leute. Und ja, ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, Leute. Also, macht's gut. Bis dennne dann. Und reingehauen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Wolfi. Bis zum nächsten Mal.